Hallo und willkommen zurück bei Hyperlite Drifter. Wir haben wieder einen neuen Boss gelegt und einen neuen Skill gelernt und ich habe keine Ahnung was der macht, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall mal nach Westen rüber, eben weil ich schauen möchte, wo dieser diese Tür war, wo wir den Schlüsselstein einsetzen konnten. Ich bohrte mich mal dahin. Ich hoffe ich finde die wieder, ich habe keine Ahnung wo das war. Aber ich glaube es war in einem Dungeon. Die versteckt irgendwo. Okay. Stimmt, ich wollte danach nachsehen, der eine Skill den ich jetzt gelernt habe. Wie funktioniert der? Okay, sehe ich das gar nicht hier? Anscheinend nicht. Verdammt, ich weiß nicht wie der Skill funktioniert. Ähm, ja. Ich gehe mal, wohin gehe ich denn? Ich gehe mal da hin. Ne, da nicht. Was hat der Skill gebracht? Ich habe keine Ahnung. Ähm, verdammt. Ich bin nicht imstande, hier durchs Dickicht zu kommen. Wie komme ich an die Schachtel ran? Das würde ich schon... Achso, ähm, ja, peinlich. Ist da was drin? Heilung. Nehme ich. Wow, okay. Ich muss hier weg. Wow. Wow, wow. Oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, ich muss hier weg. Ich dachte, ich bin mächtig und stark. Ich dachte, ich bin ein göttliches Wesen, das unsterblich ist oder so. Aber nein, ich bin immer noch ein Waschlappen. Nach all den Kämpfen und hart eroberten Münzen oder was das ist und den ganzen Skills bin ich immer noch nicht imstande, die alle hier zu töten. Oh man. War das schlecht? Ein bisschen vielleicht. Da drüben ist noch was. Oh. So. Danke. So, jetzt gehe ich da rüber. Stimmt, jetzt kommt ja das hier. Ich werde jetzt, glaube ich, nachher wieder auf die Schrotflinke wechseln, weil die ist mir irgendwie sympathischer. Oh man, weg hier, weg hier. Nein, warum? Warum, warum? Warum springe ich dem Gegner direkt in die Arme? Ist mein Verlangen nach Zuneigung echt so stark? Bin ich so einsam? Und tot. Okay. Das funktioniert ja schon definitiv besser hier. Dann. Darunter. War da drüben was? Ne. Aber ich glaube, da drüben gab es Heilung. Ja. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, was der Skill macht. Verdammt. Ich muss nachher nochmal nachsehen, wenn ich wieder im Laden bin. Wobei, da wurde auch nicht viel angezeigt. Das sah man auch nur seltsame Punkte. Ich brauche mich mal kurz außerhalb Tastenkombinationen in irgendwas zu bringen. Äh, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. Ne. Irgendwie bewegt das gar nichts. Okay. Weißt du was? Ich könnte eigentlich den dritten Boss auch gleich probieren. Ich fühle mich mächtig genug. Ich fühle mich mächtig genug. Unaufhaltbar. Ich glaube, ich habe hier. Oh Mann. Verdammt. Gerade in dem Moment, wo ich zuschlage, sehe ich noch das Teil und denke mir, verdammt. Die Tür war, glaube ich, irgendwo weiter oben. Ähm, so. Okay. War da was drin, was mich heilt? Nö. Okay. Aufwärts. Ne, das war aber dann nicht der Dungeon. Verdammt. Nun gut, die Tür habe ich jetzt leider nicht gefunden. Aber wir sind beim Boss. Und das bedeutet, wir können zumindest den nochmal versuchen. Und hey, was soll schon schief gehen? Ich meine, da ist Heilung. Es ist ja nur ein Boss. Und los geht's. Ich sollte mich vielleicht heilen, aber wozu? Wozu, frage ich euch? Ja, ja, ich weiß. Du bist voll mächtig. Oh Mann. Ich stirb nicht. Ich kann die Dinger ja zurückschleudern. Ganz vergessen. Oh Mann. Oh oh. Heilung? Oh Mann. Verdammt. Ich habe mich ja... Ich habe mich ja geheilt. Aber ich schaff die. Ich kriege das hin. Hi. Oh Mann. Oh verdammt. Heilung? Oh Mist. Das war jetzt voll schlecht. Oh Mist. Aha. Oh verdammt. Nein. Oh Mann. Der ist echt schwer. Nochmal. Was muss ich mich heilen? Okay. Dann wollen wir. Mann. Das ist voll schlecht. Oh verdammt. Oh verdammt. Nicht erwischt. Mist. Mann. Hör auf. Nein. Das ist unfair. Ich hasse die Gegner. Die sind voll scheiße. Heilung? Das ist fies. Okay. Was? Das ist nicht fair. Nein. Jetzt macht er jetzt plötzlich alles dreimal. Er hat gelernt zu zählen. Das ist unfair. Das prügel ich ihm jetzt raus. Das ist bis jetzt definitiv das schwerste. Oh Mann. Haha. Wow. Oh Mist. Verdammt. Oh keine Heilung mehr. Mann komm schon. Hör auf damit. Scheiß. Oh Scheiß. Nein. Nein. Der macht mich fertig. Nämlich wirklich. Wortwörtlich. Ich schaue ganz kurz, ob ich noch mehr Heilung bekomme. Moment. Ob hier irgendwo Heilung rumliegt. Nein. Verdammt. Ist da Heilung drin? Ja. Danke. Dann heile ich mich mal. Oh Mann. Oh Mann. Was ist das? Mann Oh verdammt Der hat manchmal eine Reichweite Das ist unfassbar Ja okay Ich hab's verstanden Ist so viel mächtiger Als ich Ich hasse diesen Gegner Der ist so scheiße Ja ja ich weiß Ich muss mich heilen Tu doch mal was Du kleines Mist Du bist die ganze Zeit bei mir Aber hilfst du überhaupt nicht Mann Warum hab ich das jetzt gemacht Ja genau Ja immer der letzte Ich hasse ihn Ich hasse diesen Gegner Wow Ich hab ganz vergessen Ich trottel Ich hab vergessen Dass er anfängt zu ballern Ja okay Ich Ich krieg das hin Nein Das war so knapp Das war so knapp Ich schaff das Ich schaff das Mann Heilung Wartet kann ich jetzt nochmal Da die Heilung holen oder nicht Nein natürlich nicht Ist auch weg Mann Oh Mann Okay Okay Hör auf die mal freizulassen Das ist so unfair Du Feigling Mann 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 Wow Das ist nicht fair Wow Ich hab keine Emotionen mehr Oh Mann Nein Komm schon Nein Das letzte Mal hat er jetzt nur einen rausgeholt Und jetzt plötzlich wieder drei So ein Arsch So ein unfassbares Arschloch Na du Gegner Wie geht's dir Mimimi Da 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 Nein Verdammt Komm schon Oh Mann Genau rein Genau Ja Heilung Nein Nein Hör auf Oh Mann Ich hasse diese scheiß Zusatzgegänger Die sind so scheiße Was Ich bin gerade den Abhang runtergefahren Nein Komm schon Das ist so Ich krieg den down Es ist mir jetzt so egal Und wenn die Folge jetzt 300 Minuten dauert Ja Fällt er toll an Mann Da Ich sollte mich mal heilen Aber ist mir gerade egal Ja War klar Kein einziges Mal erwischt Aber eher mich dafür Und Ja Frischrot Aha Okay Toll gemacht Ganz toll gemacht Du bist so ein Lappkuchen Hi Hm Ich bin gespannt ob ich das hinbekomme Das sieht mir ja nicht allzu schwer aus Mir lässt gerade irgendwie Die Konzentration nach Ich habe keine Munition mehr Was Wofür ist das Nein Hör auf damit Mann Der Kristall ist zu scheiße Weil da zwei drin sind Hör auf Hör auf Hör auf Mann Davon stirbt Ihr verdammt nur scheiße Mini End Nein Nein Heilung Okay Weg 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 Oh Mist Ja genau Ja Ja Verzieh dich Weg hier Ich habe noch eine Heilung Okay Oh Mann Scheiße Oh Mann Stirb Ja Ja Ich meine Hey Okay Eine Knarre Und wieder etwas Cool Mann Okay ich muss mich heilen Verdammt ich habe keine Heilung Das wäre jetzt voll witzig Wenn ich tot umfalle Weil ich vor Angst sterbe Ich glaube sonst gibt es ja nichts Oder Nee ich gehe jetzt nicht nach hinten Sonst falle ich irgendwo runter Das will ich nicht Ich will nicht sterben Ich will unbedingt nicht sterben Verzieht euch ihr Arm Da Heilung Danke Danke Ich mag Heilung Heilung ist toll Okay Oh nein Da ist die Säule Verdammt Hör auf Geh weg Geh Weg Oh Mann Steh auf Kleiner Das ist so fies Immer nach einem harten Kampf Hey Alles ist gut Okay Zeit für Säulen-Action Und somit Steht die dritte Säule Okay Wie viel Kohle haben wir jetzt Wir haben Verdammt noch immer nur eins Da geht es irgendwo hin Da geht es glaube ich nirgendwo hin Oder Hier schaut es sich gar nicht mal nach Ne Okay Freunde Wir haben den dritten Boss besiegt War ne Kleinigkeit Oh Mann Und in der nächsten Folge Schauen wir uns einfach weiter hier um Weil es so schön ist Und weil ich glaube Dass die nächsten Bosse Noch schwerer werden Weil das hier glaube ich Jetzt eher so Zwischenbosse waren Yay Das kann ja noch heiter werden Oh Mann Warum hab ich das jetzt viel hier angefangen Bis zur nächsten Folge Mein Name ist Daku Macht's gut Das kann ja noch heiter werden 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 Das kann ja noch heiter werden